PEGI ist das Altersklassifizierungssystem für Videospiele. Das PEGI-Logo zeigt das Mindestalter für den Kauf des Spiels. Es informiert über den altersgerechten Inhalt, nicht über die Schwierigkeitsstufe. Dafür sind auf der Verpackung weitere Hinweise angebracht. PEGI liefert Informationen für die Wahl eines Produktes, insbesondere beim Kauf eines Spiels für Kinder oder Jugendliche. PEGI-Logo